Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich will wissen, wer mir auf den Kopf gemacht hat. Aber ich sehe keinen Vogel. Oh, weißt du, Maulwürfe sind wirklich sehr, sehr kurzsichtig. Zufällig fliegt da gerade eine Taube vorbei. Eine Taube? Eine Taube! Hast du mir auf den Kopf gemacht? Warum polzt du denn so? Das ist doch eine Taube. Ein Pferd ist ein viel, viel größeres Tier. So etwa. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Nein, wieso? Klakkerdi, klak. Viel an der Menge. Malch-bonbonfarbene Knöllchen ins Gras. Hast du mir auf den Kopf gemacht? & Dann Bis zum nächsten Mal.